Wir haben ein Paket gekriegt, wir haben ein Paket gekriegt, wir haben ein Paket gekriegt, ich frag mich nur von wem. Oh, nein, die Packung war natürlich leer. Wie ihr wisst, mein Audi bedarf ein wenig Zuwendung, hat ein paar kleine Feiglereien gehabt und wie es der Zufall so will, bauen wir heute Bremsen ein, natürlich von Hella Pagi. Danke, Timo. Danke, Timo. Danke, Timo. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert uns, kommentiert, schreibt uns, was ihr noch machen wollt, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok, folgt uns auf LinkedIn, folgt uns überall, folgt uns im Internet, kauft in unseren Merch Shop ein, www.schraublog.com, gönnt euch unseren Schnaps, aber erst nachdem ihr die Bremsen eingebaut habt, nicht davor oder währenddessen, oder unseren Startpilot. Spaß beiseite, bei der Arbeit nicht trinken. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich check's nicht mal. Ah, da, 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 da. Tada!